In meinem historischen Fotoarchiv konnte ich eine Fotostrecke mit Abbildungen von abgestürzten deutschen Kampfflugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg entdecken. Auf den Bildern sah man weiters einen Demontagetuch. Ich konnte die Schwarz-Weiß-Fotos teilweise kolorieren und manche Porträts wurden zum Leben erweckt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.